Ein Sturmtief zieht über Norddeutschland und sorgt in Mitteleuropa für Regen und viel Wind. In der kommenden Nacht ist es wolkig, aber es bleibt bei 6 bis 4 Grad meist trocken. Der Donnerstag startet mit vielen Wolken. Die Temperaturen liegen bei 7 bis 11 Grad. Nachmittags wird es etwas wärmer. Der Wind weht mit Sturmböen aus südwestlichen Richtungen. Am Freitag regnet oder schneit es oft. Es wird 6 bis 11 Grad warm. Wechselhaft wird es am Samstag. Selten gibt es Sonne, dafür aber viele Wolken und Temperaturen zwischen 4 und 12 Grad. Sonntags klettern die Temperaturen auf 5 bis 9 Grad. Dazu bleibt es stark bewölkt. Selten fällt Schneeregen.